Alle Spiele der Regionalliga-Fest, live von Dondi Maden, auf Sportotal. Ball wieder zurück bei Sindermann, kann sich da aber nicht durchsetzen. So, jetzt können sie es wieder schnell machen. Obst bringt den Ball nach vorne Richtung leeres Tor. Faiso Lahou, aber ja, die Schusschance war ein bisschen zu schwach, als dass der Ball da das leere Tor von Staud, der nämlich mit nach vorne gekommen war, hätte erreichen können. So, und jetzt wieder Staud, oh no, bleibt da im Rasen hängen. Ist das denn die Möglichkeit hier? Mein Gott, was passiert in diesem Spiel? Staud versucht da ganz locker leicht diesen Ball nach vorne zu bringen, bleibt im Rasen hängen und legt Marc Beckert, dem gerade erst Eingewechselten, das 3 zu 1 aus Sicht der Gäste vor. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Vielen Dank.